Ja Leute, es ist soweit und zwar ein neues Set steht vor der Haustür und natürlich, wie immer, gucken wir uns ein paar Karten aus dem neuen Set an, denn natürlich kommen mit einem neuen Set auch neue Karten und wir gehen hier Stück für Stück einige durch. Heute kümmern wir uns um die Nixen Rüstungskarten bzw. Atlantischen Karten plus vielleicht ja eine andere Karte, aber wie immer dann rutsche ich hier ein bisschen rüber, nehmen das Mikrofon natürlich mit und dann gehen wir das Ganze hier Stück für Stück einmal durch und wir fangen an mit dieser schönen Karte, denn es ist der Atlantische Geist und erstmal Artwork 10 von 10, aber nicht nur das Artwork ist 10 von 10, sondern auch der Effekt ist 10 von 10, denn erstmal wird diese Karte auch als Nixen Rüstungskarte behandelt. Das ist sehr gut, weil so harmoniert Atlantisch eben mit Nixen Rüstung umso besser, also tipptopp, allein das ist schon mal gute Sache. Dann, du kannst diese Karte von deiner Hand und ein Atlantisches Monster oder Nixen Rüstung Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite als Reboot anbieten, nimm einen Fisch oder Seeschlange oder Aquamonster der Stufe 7 von dein Deck und füge es entweder der Hand hinzu oder beschwöre es als Spezialbeschwörung. So, ich kenne es gleich weiter, aber dieser Effekt erstmal ist ziemlich gut, denn ja, wir haben sehr gute Atlantische Karten, wir haben auch sehr gute Nixen Rüstung Monster und das hilft uns eben ganz schnell genau an diese zu kommen. Von daher, ganz gut, gerade natürlich Stufe 7, gibt es einige, passt natürlich, also der Archetype allgemein spielt mit Stufe 7, auch mit anderen Stufen, aber eben unter anderem auch Stufe 7 und von daher, guter Effekt würde ich sagen, weil so kommen wir ganz schnell an die Karten, die wir halt brauchen. Aber es geht halt weiter, denn das ist jetzt der gute Effekt. Jetzt kommt der Effekt, wo deiner sagt, ah, das hätte ich vielleicht nicht gerne auf der Karte, aber es ist drauf, außer, du kannst nämlich dann für den Rest des Spielzugs kein Monster mehr Spezialbeschwören, außer Wassermonster. Vom Exerdeck und ebenfalls was Spezialbeschwören, was ich kann für den Rest des Spielzugs, genau, vom Exerdeck durchführen, außer von Wassermonstern. Und das ist wiederum natürlich eine kleine Einschränkung, aber keine Angst, alle Karten vom Archetype sind Wasser, von daher geht das natürlich ganz gut und das ist natürlich kein Problem. Außerdem, während des Spielzugs deines Gegners, Quick-Effekt, sehr gut, ist immer gut, du kannst diese Karte von einem Friedhof verbannen und eine Karte auf den Friedhof abwerfen, ziehe eine Karte. Und dieser Effekt wirkt erstmal sehr simpel, denn, ja, okay, wir wirfen eine Karte ab, ziehen eine Karte, okay, von mir aus können wir machen. Aber das Besondere ist ja, dass eben natürlich die Nixen-Rüstung bzw. Atlantische Karten Interaktion haben, wenn man sie eben abwirft. Bedeutet, also hier haben wir indirekt, durch sie halt eben, die Möglichkeit, einfach eine Karte abzuwerfen, die dann eben ihren Effekt nutzen kann. Das heißt also hier, super starker Effekt und das ist natürlich auch, solange sie im Friedhof ist, also gerade deswegen, also steht er ja auch, ne, vom Friedhof und das halt super strong. Das heißt, wir benutzen sie erst, um ihr ein passendes Monster zu holen, was wir brauchen aus dem Deck und dann haben wir eben die Möglichkeit, einfach im gegnerischen Spielzug eine Interaktion herbeizurufen. Super gute Karte, tip top, gefällt mir super, ist Stufe 3, auch das ist ziemlich nützlich, von daher, super gut, nehmen wir mit. Dann haben wir die nächste Karte und zwar Nixen-Rüstung Schattentrupp und diese Karte erstmal auch, also Artworks, überzeugen mich komplett auf jeden Fall, aber was kann sie? Erstmal, sie zählt auch als Atlantisch, das heißt, wir haben jetzt hier wieder Nixen-Rüstung Atlantisch in ein, perfekt, gut, passt dann zu beiden Archetypes, super, passt perfekt. So, und zwar, du kannst eine Karte auf den Friedhof abwerfen, das sind natürlich die Kosten. Wasser Monster, die du derzeit kontrollierst, werden bis zum Ende des Spielzugs zu Stufe 7. Oh, da haben wir schon wieder Stufe 7, ihr merkt, Stufe 7 ist so ein Ding in diesen Archetypes. Aber auch hier wieder, warum sollten wir eine Karte abwerfen? Naja, wie gesagt, die Effekte aktivieren sich dann eben, wenn sie abgeworfen werden und das zeigt sich auch bei dieser Karte, denn diese Karte kann das ebenfalls. Denn sie sagt folgendes, falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, um den Effekt eines Wassersmonsters zu aktivieren, das ist ja das, was die ganze Zeit passiert, kannst du folgendes tun. Und zwar, du kannst folgendes machen. Beschwöre ein Atlantisch- oder Nixen-Rüstungsmonster der Stufe 4 oder Niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Deck außer ihn. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs kein Monster spezialbeschwören vom Extra-Deck, außer von Wassermonster. Also hier wieder, Extra-Deck ist ein bisschen eingeschränkt, nur Wasser, nicht das Problem, wir haben genug Wassermonster, das ist nicht das Problem. Und wir können jetzt hier einen Atlantischen- oder Nixen-Rüstungsmonster, der Stufe 4 oder Niedriger, vom Deck spezialbeschwören. Und dieser Effekt ist, was soll ich sagen, das ist eine 20 von 10 für diesen Archetype. Denn es gibt zum Beispiel Atlantischen Prinzen, wollen wir immer gerne aufs Spielfeld haben. Diese hier holt uns diese Karte aus dem Deck. Bedeutet also hier, wir haben eben gute Möglichkeiten, unsere passenden Monster aus dem Deck spezial zu beschwören. Und das ist einfach super. Vor allem, dass man hier eben sagt, nicht Stufe 3 und Ende, nein, sondern Stufe 4 oder Niedriger. Bedeutet, man hat hier Spielraum. Man kann hier wirklich Karten nehmen, die man eben braucht. Also man muss nicht exzlizit eine Karte nehmen oder es eingeschränkt in irgendeiner Stufe. Klar, Stufe 4 oder höher geht nicht, aber Stufe 4 oder Niedriger geht. Von daher, super gute Karte. Das ist eben dann aber natürlich mit der kleinen Einschränkung. Muss natürlich sein, denn ja Leute, wäre da glaube ich dann so ein bisschen zu stark. Aber stört halt nicht, weil eben der Archetype einiges hat. Dann machen wir weiter mit einer Karte, die jetzt erstmal nichts mit diesen beiden Archetypes zu tun hat. Aber natürlich mit Wasser zu tun hat. Und deswegen gehen wir das Ganze ein. Und wir sehen hier, es ist die Wasserkanalisiererin. Und die ist natürlich von Attribut Wasser. Es gibt das Ganze auch in Feuer und ähnliches. Aber hier jetzt natürlich die Wasser. Passt perfekt eben so in den Archetype. Diese Karte wird immer als Verzauberin-Karte behandelt. Ist natürlich wichtig, weil das indirekt natürlich ein Archetype an sich ist. Hier jetzt aber benutzt man sie eher als allgemeines Mittel, um eben folgendes zu tun. Du kannst diese Karte und ein anderes Wassermonster abwerfen. Füge deine Hand ein Wassermonster mit derselben oder einer höher Stufe als das andere abgeworfene Monster von dein Deck hinzu. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs keine Effekte von Nicht-Wassermonster aktivieren. Das ist erstmal der Effekt, der der erste. Und der Effekt ist schon mal ziemlich gut. Klar, wirkt das erstmal komisch, weil wir müssen zwei Karten abwerfen, um eine zu kriegen. Aber Leute, wenn wir dann dafür die kriegen, die wir unbedingt brauchen, guter Deal würde ich sagen. Heißt, die ermöglicht uns ebenfalls, das Ganze zu suchen. Aber sie hat auch noch einen zusätzlichen Effekt. Denn sie sagt folgendes. Wenn deine Wassermonster durch Kampf zerstört wird, also wenn deine Wassermonster, du kannst diese Karte als Spezialbeschreibung von deiner Hand beschwören. Und dann ist sie halt eben auf dem Spielfeld. Also das ist ein Zusatzeffekt, der ebenfalls da ist. Würde ich sagen, kommt seltener vor. Wenn man sie benutzen wird, dann eher eben halt zum Suchen eines passenden Karten. Ist natürlich eine Karte, auf die man nicht unbedingt zurückgreifen muss. Aber natürlich machen kann, weil man eben dann die Möglichkeit hat, eben wieder unsere passenden Karten zu machen. Weiter geht's. Denn ja, wir sind im Extra Deck angekommen. Und hui, das sieht mächtig aus. Drei Köpfe. Kommen wir gleich dazu, warum es drei sind. Und zwar der Drachenherrscher. Ja, und der Drachenherrscher, der herrscht wirklich über die Atlantische Meere. Denn diese Karte hat es in sich. Erstmal die Beschwörungsbedingungen. Drei Monster Stufe 7. Hm, das wirkt jetzt schon mal ein bisschen schwieriger. Aber Leute, der Effekt hilft auch dabei. Denn allen pro Spiel zu kannst du ihn auch als Exitbeschwörung beschwören, indem du ein Atlantisch- oder Nixenrüstung Exitmonster verwendest, das du kontrollierst. Die Materialien werden an diese Karte rangehacken. Bedeutet also, wir können einfach ein anderes Exitmonster benutzen und das Ganze eben drauflegen. Wie zum Beispiel bei Zeus. Und das ist natürlich schon mal eine viel einfachere Beschwörungsbedingung. Das heißt, wir brauchen nämlich nicht indirekt drei Stufe 7 Monster, sondern brauchen eben ein Exitmonster davor. Also sagen wir mal zwei Level 7. Und dann haben wir das Ganze. Das heißt, wir können von den anderen eben den Effekt nutzen, von dem Exit. Und dann natürlich auch von ihnen. Doch was kann sie denn? Ja, okay, beschwören kann man sie. 3000 Artikel. Ist natürlich super. Aber die Karte muss ja auch einen Effekt haben. Und das hat sie natürlich auch. Ein pro Spielzug. Du kannst zwei Materialien von dieser Karte abhängen. Also, wichtig, achtet darauf, dass ihr genug Materialien habt. Sonst funktioniert der Effekt natürlich nicht. So, was kann sie denn jetzt? Du kannst zwei Materialien eben abhängen. Und dann ein Wassermonster von deiner Hand oder dein Deck auf den Friedhof legen. Erstmal hier. Allein dieser Effekt. Super gut. Das ist ein Wassermonster. Bedeutet also auch hier. Aktivieren sich wieder die Effekte unserer nächsten Rüstung und Atlantischen Karten. Bedeutet, tipptopp. Das ist schon mal super Bedingung, um die Karte zu aktivieren. Ist verrückt, dass hier die Bedingung der Aktivierung schon fast wichtiger ist als der Effekt. Aber sie kann auch noch was sehr Gutes. Denn gib bis zu drei Karten, die dein Gegner kontrolliert, auf die Hand zurück. Und dieser kleine Satz wirkt sehr harmlos. Aber es ist unglaublich spielstark. Denn erstmal, gib bis zu drei Karten. Bedeutet also, wir müssen nicht drei Karten exakt auf die Hand geben. Nicht zwei, nicht eins. Nein, wir können eins, zwei, drei. Wir können uns aussuchen, was wir machen wollen. Also super gut. Das heißt, das ist schon mal variabel. Weil wenn der Gegner noch eine Karte hat. Nee, wir müssen drei. Ginge der Effekt nicht. Von daher, sehr gut. Aber weiter. Dann natürlich der Gegner kontrolliert. Heißt, eigene gehen nicht. Und sie auf die Hand zurückgeben. Und auf die Hand ist sehr strong. Gerade gegen Exodec-Monster. Und das Besondere hierbei ist, hier steht nirgendwo Wähle. Hier steht nicht Fehlein-Monster oder ähnliches. Bedeutet, diese Karte wählt nicht. Und ein Effekt, der so mächtig ist und nicht wählt. Super gut. Zusätzlich natürlich geht es hier darum, um Karten, die dein Gegner kontrolliert. Bedeutet also, auch keine Monster. Wir können auch Zauber- und Feinkarten wählen. Bedeutet, hier können wir wirklich freie Bahn machen. Wir können einfach drei Karten zurückgeben. Sei es Zauber- oder Feinkarten oder Monster. Und sie gehen zurück auf die Hand. Nicht zielen. Super starker Effekt. Also das ist super stark. Außerdem, falls diese als Exode beschworene Karte auf den Friedhof gelegt wird. Das wird bestimmt mal passieren. Definitiv. Du kannst eine Karte auf den Friedhof abwerfen. Oh, sehr gut. Du kannst eine Karte auf den Friedhof abwerfen. Das ist natürlich super gut. Effekte aktivieren sich wieder. Beschwöre drei Monster, die entweder Fisch, Seeschlange oder und Aqua-Monster. Stufe 3 oder niedriger. Ein Spezialbeschirm von deiner Hand oder in den Friedhof. Bedeutet, also hier haben wir die Möglichkeit eben einige Monster vom Deck Spezial... Äh, vom Friedhof schon entdeckt. Nicht, was glaube ich denn hier. Vom Friedhof Spezialbeschirm oder von der Hand. Bedeutet, falls er das Spielzeug verlässt, haben wir eben die Möglichkeit hier einiges, aber wirklich einiges wieder zurückzuholen und haben dann eben wieder die Möglichkeit, weiter zu spielen. Super gut. Heißt also, theoretisch, wir können zwei Möglichkeiten machen. Entweder der Gegner wird ihn eben vom Spielfeld entfernt sozusagen. Und dann können wir natürlich den Effekt nutzen. Und dann können wir weitere holen und können dann den nächsten Zug damit wieder weiterspielen. Oder, es ist ja, falls die Exitbeschwörung auf den Friedhof gelegt wird, wir können das selber tun. Wir können diese Karte selber benutzen, um zum Beispiel in eine Linkbeschwörung zu gehen. Und dann geht er in den Friedhof. Und auch dann dürfen wir natürlich drei Monster, Fisch, Seeschlange und oder Aqua-Monster, Stufe 3 oder niedriger, Spezialbeschirm. Super gut. Starker Effekt. Er ist auf jeden Fall ein wirklicher Herrscher. Dann kommen wir zur nächsten Karte. Und zwar unseren Link-Monster. Und ja, wir haben hier ein sehr starkes Link-Monster. Und zwar Link 3, Nixen Rüstungskönig. Und er ist wirklich ein König. Er braucht erstmal zwei Monster, darunter ein Fisch, Seeschlange oder Aqua-Monster. Heißt, wir haben hier eine bestimmte Bedingung. Er ist Wasser. Was sehr wichtig ist, weil wir ja zum Teil nicht mehr andere Monster spezialisieren können, außer Wasser. Von daher passt es natürlich. Denn Gegner kann Wasser-Monster auf, die diese Karte zeigt, nicht als Ziel für Karten-Effekte wählen. Heißt also, Protected for Targeting. Sehr, sehr, sehr gut. Oh, da geht's ja schon gleich ab hier. Dann geht's weiter. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay, das ist gut. Ein pro Spielzug. Falls ein oder mehr Wassermonster auf den Friedhof gelegt wären, um eine Karte oder einen Effekt zu aktivieren. Ja, wir haben gesehen, das passiert ein bisschen öfter. Außer während des Demonsteps. Du kannst eine Abyss-Ausrüstungskarte von deinem Deck oder Friedhof nehmen und ihr entweder deine Hand hinzufügen oder damit ausrüsten. Diese Karte ausrüsten. Wichtig. Ja, das heißt also, wir können eben, wenn wir einen Effekt nutzen und dann was abwerfen, dann aktiviert sich erstmal ein anderer Effekt, können wir uns auch noch zusätzlich eben eine Ausrüstungs-Zauberkarte holen. Und da gibt es einige starke und, kleiner Spoiler, es wird auch noch eine gute kommen. Von daher eine neue. Das heißt, wir haben bereits gute, die es jetzt schon gibt und wir kriegen nochmal eine gute, super gute Effekt, würde ich sagen. Also das alleine ist schon sehr stark natürlich. Und das Besondere hier dann ist, wir müssen nicht ausrüsten. Wir können sie auch erstmal der Hand hinzufügen und für später benutzen. Also das ist auch ganz gut. Außerdem, falls diese Karte, die ihrem Besitzer gehört, durch eine Karte eines Gegners zerstört wird, du kannst an der Hand einen Atlantisch- oder Nixenrüstenmonster von deinem Deck hinzufügen. Hier jedoch ist es bei Zerstörung. Ist natürlich ein bisschen schade, weil ich musste sofort am Nibiru denken. Denn wenn Nibiru kommen würde, würde die Karte ja weg tributiert werden. Hierbei aktiviert sich der Effekt aber dann leider nicht, weil er eben nur bei Zerstörung funktioniert. Aber Leute, der Effekt ist trotzdem sehr gut. Allein dieses Suchen ist perfekt, weil wir uns eben dann das Passende suchen können. Was uns fehlt. Also die passende Ausrüstungskarte natürlich in diesem Fall. So, machen wir weiter. Denn jetzt kommen wir erstmal zu einer Karte, bevor wir zu den Ausrüstungstauberkarten kommen. Eine Karte, die ebenfalls neu im Set drin ist und auch ein Link-Monster. Und zwar Fliegende Mary. Und ich finde es sehr cool, weil es ein Schiff ist. Das Artwork ist super. Und, ja Leute, ihr glaubt es nicht, aber eure Monster werden auf diesem Schiff segeln. Denn was kann sie? Zwei Zombie-Monster braucht was. Okay, erstmal Zombie-Support. Du kannst einen deiner Zombie-Monster der Stufe 5 oder höher wählen, das verbannt ist oder sich in deinem Friedhof befindet. Ja, das sind Bedingungen, die durchaus leicht funktionieren. Gerade auch verbannt bei Zombie passiert schon mal öfters. Lege diese Karte als offene, permanente Zauber in deine Zauber- und Feinkartenzone. Und falls du dies tust, beschwöre jedes Monster als Spezialbeschwung. Also auf Deutsch, wir können sie selber in die Zauber- und Feinkartenzone legen, beschwören dann das andere Monster Spezial. Klingt erstmal ganz solide, wir können ja etwas Spezialbeschwung. Aber es geht noch weiter. Solange diese Karte eine permanente Zauber ist, was sie ja automatisch ist, weil sie sich selber da reingelegt ist, du kannst einen Zombie-Monster der Stufe 5 oder höher wählen, haben wir ja gerade Spezialbeschworen, das du kontrollierst, zerstöre ein Monster, das dein Gegner kontrolliert und dessen ATK kleiner oder gleich den jenes Monster sind. Du kannst jeden Effekt in euren Profitzug verwenden. Also, sinnbildlich gesprochen, ihr ruft das Schiff, das Schiff segelt in die Zauber- und Feinkartenzone, euer Monster kommt dann auf dieses Schiff, also natürlich in die Monsterzone, und dann kann es auf dem Schiff segeln und auch noch eine Karte zerstören von Gegnern. Ist ein Effekt, der durchaus mal nützlich kommen kann und eine gute Supportkarte ist für Zombie, eben für das Extra-Dack. Und von daher eine ganz nette Karte. Und ich muss nochmal lesen, genau, zerstöre ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, dessen ATK kleiner oder größer ist. Auch diese Karte wählt nicht. Super gut. Super gute Karte da, ja. Weiter geht's. Nixenrüstung, beziehungsweise Atlantisch und Nixenrüstung. Wir haben hier eine Ausrüstungszauber-Karte. Wir haben gerade gesehen, ein Link-Monster gibt es, was diese Karte suchen kann. Das ist das Erste. Was kann sie denn? Beschwöre ein Atlantisch- oder Nixenrüstung-Monster als Spezialaufschung von deiner Hand oder deinem Friedhof. Und falls du dies tust, rüste diese Karte mit dieser Karte aus. Hm, eine Monster-Reanimation quasi. Denn wir können hier einfach eben ein Monster vom Friedhof wieder aufs Spielfeld holen. Guter Effekt schon mal. Können damit weitermachen. Können den Effekt eventuell nochmal nutzen oder weiterverwenden für eben eine Exit-Beschwörung und ähnliches. Also gut. Das bedeutet also, unser Link-Monster, wofür ihr drei Monster benutzt haben, um ihn zu beschwören, kann eben diese Karte holen, die dann wiederum ein Monster vom Friedhof holen kann. Ihr merkt, die Synergie ist auf jeden Fall da. So, aber es geht natürlich weiter. Falls das Ausgut zum Monster durch Kampf oder ein Karteffekt zerstört werden würde, kannst du stattdessen diese Karte auf den Friedhof legen. Also haben wir auch noch einen Protection-Effekt. Nehmen wir natürlich mit, ne? Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbanden und dann bist du drei deiner Fisch-, Seeschlange oder und Aquamonster wählen, die verbannt sind oder im Friedhof befinden, mische sie ins Deck. Und hier ist ein zusätzlicher Effekt, und zwar ein Friedhofseffekt. Und der ist ziemlich gut, denn der ermöglicht uns einfach eben, unseren Monster wieder zu verwerten und eben ins Deck zu mischen, um sie dann wieder benutzen zu können. Also, die Karte dient einmal eben, um ein Monster wiederzuholen. Sie hat einen Protection-Effekt und sie recycelt unsere Monster. Super gute Karte. Achso, und natürlich, sie ist super. Darf man natürlich nicht vergessen. Und jetzt kommen wir zur letzten Karte. Und diese Karte hat es in sich. Es hat nichts an sich mit Atlantischen Nixenrüstung zu tun, außer dass natürlich Wasser wieder ein Thema ist. Und man merkt, Wasser ist ein großes Thema hier in dieser Folge. Und zwar, wir haben hier Impuls. Ja, Impuls. Es ist eine super starke Fallenkarte. Und da sagt folgendes. Falls den Gegner eine Karte kontrolliert, kannst du diese Karte von deiner Hand aktivieren. Okay, diese Bedingung ist schon mal ziemlich einfach, weil wenn wir nicht anfangen, der Gegner fängt an. Natürlich hat er gegen eine Karte auf dem Feld. In der Regel von der passt das Ganze. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der einen Effekt erhält, der ein oder mehrere Monster mit der Spezialbeschwörung geschürt, annulliere jenen Effekt. Das ist jetzt mal eine Ansage. Bedeutet also, wir können hier einfach einen Effekt annullieren, der eben ein Monster Spezialbeschwört. Und das ist super. Also super strong. Also es hält komplett auf. Hat ein bisschen Ähnlichkeit natürlich mit den Karten, die man so kennt, wie im Solemn Warning zum Beispiel ähnliches. Also von daher super gut. Die kann aus der Hand aktiviert werden. Also auch im gehtischen Spielzug. Tipptopp. Aber es geht noch weiter. Denn ja, Leute, dieser Effekt ist sehr stark. Und dementsprechend gibt es natürlich noch eine kleine Einschränkung, die man bedenken muss. Falls du eine Feinkarte in den Friedhof hast, zerstöre jene Karte. Bedeutet also, falls wir bereits Feinkarten haben, können wir die Karte nicht nur annullieren, sondern auch zerstören. Aber gerade, wenn eben der Gegner anfängt, haben wir nicht immer eine Feinkarte in den Friedhof. Von daher wird der Effekt nicht immer eintreffen. Aber annullieren kann ja schon reichen. Aber es geht dann weiter. Falls du diese Karte von deiner Hand aktiviert hast, das wollen wir natürlich, kannst du für den Rest des Spielzugs, Entschuldigung, Rest des Duells, wichtige Information, keine Effekte von Licht, Erde und Windmonster aktivieren. Hm. Und das ist erstmal eine Sache, die ganz klar zeigt, diese Karte kann nicht in Licht, Erde oder Winddecks gespielt werden. Weil natürlich, wir wollen natürlich eben die Effekte aktivieren von unseren Monstern. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn diese Karte sagt, das geht nicht mehr für den Rest des Duells. Wäre es für den Rest des Spielzugs, wäre es nicht so problematisch. Selbst wenn es für den Rest des nächsten Spielzugs wäre, wäre es nicht so problematisch. Hier jetzt aber, dass man eben sagt, die Rest des Duells, ja, ist ganz klar. Diese Karte ist nicht für Licht, Erde und Winddecks. Aber alle anderen Decks, wie zum Beispiel Wasserdecks. Das passt natürlich eben zu dieser Folge. Ja, aber das waren jetzt hier alle Karten, die ich einmal eben vorstellen wollte. Ihr merkt, Nixenrüstung Atlantik bekommt wirklich guten Support. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Ich weiß auch, dass einige dieses Deck als Fangfavorite haben. Und jetzt, Leute, habt ihr neue Karten. Ihr könnt quasi alles suchen und alles beschwören, was ihr gerne möchtet, wie euch frei beliebt sozusagen. Und könnt dann dementsprechend eben euer Board aufbauen. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Es harmoniert auch sehr gut mit den alten Karten. Manchmal ist es ja auch so, dass, wenn neue Karten rauskommen, neue Mechaniken mit reinbringt. Hier aber hat man gesagt, nein, keine neue Mechanik. Wir wollen auf der alten Mechanik aufbauen. Und das tun diese Karten eben sehr gut. Und daher sehr, sehr guter Support. Und das war es dann auch schon. Ich habe die paar Karten hier vorgestellt. Wie gesagt, ging um Nixenrüstung Atlantisch, aber auch um ein paar andere. Ich hoffe, der Überblick hat euch hier gefallen. Und mir bleibt da nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und natürlich wie immer viel Spaß beim Duellieren.